ja hallo wieder willkommen zum neuen video aus der werkstatt und ihr seht es wir haben ein zumindest für uns neues fahrzeug hier auf der hebebühne stehen und so haben wir hier einen rexi 50 von 1996 und man sieht der roller ist sehr sehr dreckig sehr sehr eingestaubt und der grund dafür ist das ist ein echter scheunenfund meine werkstatt hier befindet sich ja in einer historischen scheune auf einem landwirtschaftlichen anwesen und dieser roller stammt auch von hier das ist nämlich ein fahrzeug das meinem vermieter gehört normal mache ich ja keine fremdfahrzeuge aber das ist ein sehr netter mensch und naja da bin ich dann mal dann doch bereit eine ausnahme zu machen geld gibt es dafür keins nur bevor mir irgendjemand hier gewerbetätigkeit unterstellt nein gibt es nicht das ist ein reiner freundschaftsdienst weil es eben ein sehr netter mensch ist dem ich gerne helfen möchte aber nun ja es geht hauptsächlich um den roller und nun ja der stand eben in der scheune lange lange zeit umeinander gibt tatsächlich in der scheune der sich auch meine werkstatt befindet man sieht der war 2011 also vor 13 jahren zum letzten mal auf der straße und jetzt gucken wir mal was hat der kilometer bisschen über 11.000 das ist jetzt auch nicht überragend viel aber ja 13 jahre standzeit und meine aufgabe hier ist jetzt diesen roller wieder fahrtauglich zu machen denn der soll wieder gefahren werden weil die kinder vom vermieter kommen langsam in das alter und naja jetzt gucken wir uns das einfach mal an ob in diesem alten gesellen hier noch leben steckt und ich würde sagen das sinnigste ist jetzt dass wir erstmal die technik freilegen also den heckpanzer runternehmen damit wir vernünftig erst mal gucken können was überhaupt los ist weil naja kann alles sein es ist nämlich auch leider in vergessenheit geraten warum der in der scheune gelandet ist also angeblich hat er irgendwelche probleme gehabt die aber genau zu benennen nicht mehr möglich war aber egal wir graben uns jetzt mal das fahrzeug rein das haben wir das heck mal so weit auseinander und wir sind jetzt beim zerlegen ein paar sachen aufgefallen zum einen mal abziehen darf dass der furchtbar dreckig ist der scheint trocken gestanden zu haben weil hier irgendwelche ästchen vom letzten weihnachtsbaum und es ist nichts zusammengerostet gewesen bisher außerdem hat der allem anschein nach nicht einen tropfen treibstoff im tank was gut ist batterie ist raus ich meine die batterie ist tot das ist ja bei denen die besonderheit die haben wir hier die batterie liegend hier unter dem rechten seitenteil über dem auspuffers na sagen wir meine etwas fragwürdige entscheidung ist aber nun ist halt so ansonsten sieht das alles relativ ordentlich aus also was man jetzt hier sieht wird ich meine das ist hier alles völlig verölt wie der ansaugstutzen ausschaut naja gut der ist steinhart der ansaugstutzen was da werden wir auf jeden fall neun brauchen was ich jetzt als nächstes noch machen werde ist das trittbrett abnehmen damit wir vernünftig an den zylinderkopf rankommen und da waren wir mal die trittkerze rausnehmen und uns die mal angucken dass wir ungefähr abschätzen können wie der motor innen ist ob sich der innenrost gebildet hat da der scheinbar trocken stand glaube schrägstrich hoffe ich es nicht das schaut relativ gut aus es ist kein rost am gewinde elektrode schön braun so wie es sein sollte warum was das für eine kerze ist eine general motors zündkerze general motors 805 was auch immer das sein mag da machen wir dann sicherlich mal die kerze rein die da tatsächlich in den roller gehört und naja gut zum testen ob man zündfunken haben taugt die hier schon mal ich habe jetzt mal ein kräftigen schluck öl in die zündkerzen bohren gegeben schauen wir mal jetzt drehen wir ihn mal um ich habe noch nicht versucht ob der umgeht der kickstarter das ist aber der kickstarter der klemmt der motor an sich geht aber um schön leicht und wir scheinen auch kompression zu haben soweit man das jetzt ohne zündkerze beurteilen kann jetzt wollen wir mal eine funktionierende batterie anschließen wir gucken jetzt einfach mal ob die elektrik tut der motor an sich scheint ja so schlecht nicht zu sein wird eine batterie ist dran dann machen wir die kontrollampen sehen so schauen wir mal die zündung ein wir haben mal einfach mal alles durch und mit dem blinkern an ok blinker rechts geht der linke scheint auch zu gehen so mal bremslicht bremslicht geht und rechten hebel zumindest aber mit dem linken hebel geht es auch also elektrisch sind wir mal ganz mutig und versuchen mal den statter der e-statter geht auch dass man mit dem elektrostatter ein bisschen drehen das hat das öl was ich ihm reingegeben habe gut verteilt sehr schön und jetzt gucken wir noch mal ob man zündfunken haben wir unsere general motors zündkerze mal hier auf den rahmen zündung an versuchen wir es mal ich hoffe ihr seht was zündfunke ist da ich habe es geschafft den luftfilter abzumontieren das ist der original kasten hier von standard motor was der hersteller aus taiwan ist von diesem fahrzeug mit den chinesischen rex haben dieser alten rex nichts zu tun ist komplett anderes fahrzeug die schwierigkeit hier war jetzt dieser gummi hier der ist derartig hart seht ihr der hat sogar die form beibehalten in die ich noch biegen müssen um ihn abzuziehen aber wenn wir jetzt mal in den vergaserkelch reingucken ist es im vergaser erstaunlich sauber wenn man bedenkt wie der außen aussieht und deswegen würde ich sagen wir machen das einfach mal ganz wüscht wir probieren es einfach mal ich habe jetzt die korrekte zündkerze drin ngk b8 es zu 8er wärmegrad kurzes gewinde wir versuchen jetzt einfach mal ob der anspringt mit starthilfemittel bei einem kurzen ruckertut mehr können wir auf heute von ihm wahrscheinlich nicht verlangen zumindest jetzt im ersten versuch jetzt machen wir mal einen schluck von dem zeug und jetzt versuchen wir es einfach mal ja ein ruckert hat er gemacht ja nochmal Gut, also er ruckt kurz an. Wir haben es dreimal geschafft, dass er kurz anruckt. Gut, das heißt wir schauen jetzt mal weiter. Gucken wir uns mal die Innereien von ihm noch ein bisschen genauer an. Ich habe jetzt mal den Vergaser abgebaut. Auch der Ansaugstutzen ist knochenhart. Also Ansaugstutzen brauchen wir auf jeden Fall auch neuen. Hier ist jetzt auch irgendein Metallteil. Das sieht auch nicht so gut aus. Mal gucken was das ist. Ich habe das zum Fahrzeug gehört, aber ich glaube eher, dass das hier vom von der Stelle hier am Ansaugstutzen kommt, die sich praktisch nicht mehr bewegen lässt. Mal gucken. Schauen wir mal. Jetzt versuchen wir es mal ohne den Vergaser. Ob er einen Hochdreher macht. Schauen wir mal. Ja, sehr gut. Das wollte ich haben, also er strömt über. Schauen wir es noch mal. Noch mal ein bisschen. Man darf nicht vergessen, hätte es nicht einen Haufen Öl im Brennraum. Ja, das funktioniert. Also der Motor an sich ist in Ordnung. Jetzt müssen wir mal gucken. Schauen wir mal den Vergaser auch nicht sauber machen als nächstes. Und ich meine, wenn ich mir den Vergaser angucke. Gut, wie er außen aussieht, ist eigentlich egal. Aber sowas lässt natürlich auch immer einiges an Rückschlüssen auf den Wartungszustand zu. Plus jetzt natürlich in dem Fall die ewig lange Standzeit. Machen wir mal auseinander und gucken mal, wie der innen drin ausschaut. Ja, und ohne Worte. Und wie gesagt, das ist mal so ein Fall, wo ich immer sage, seid froh, dass ihr das nicht riecht. Es gibt nichts so Schlimmes wie diesen ultimativ gekippten Sprit aus irgendeinem ollen Vergaser oder alten Tank. Deswegen ist es gut, dass der keinen Treibstoff im Tank hat. Das soll jetzt mal hier ein bisschen einweichen. Und wir gucken uns derweil mal den Rest von dem Roller an. Müssen wir den Ansatz schützen. Da müssen wir bevor wir irgendwas machen, auf jeden Fall erneuern. Membranen mal rausnehmen. Dazu muss zuerst der Öltank weg. Und naja, wenn wir dann schon so tief reingraben. Die Ölpumpe soll eh rausfliegen. Da habe ich ja mit dem Besitzer schon drüber geredet. Das ist sicherer bei diesen Fahrzeugen. Wenn wir jetzt die Ölpumpe entfernen. Und das heißt, wir müssen auch hier die Kühllufthaube abnehmen. Und naja, gut, das machen wir jetzt als nächstes Mal. Also erstmal den Öltank weg. Da sieht man hier, da ist hier die übliche Steckdichtung vom Geber schon kaputt. Aber das ist ja auch mehr oder weniger Standard. Nicht die Schlauchzucker runterschmeißen. Das ist schlecht. Die braucht man gleich. Ja, und was auch so bei den Rexis ganz gerne passiert ist, dass hier die Befestigung vom Öltank bricht. Das ist bei ihm noch nicht ganz durch, aber es fängt an zu brechen. Das ist also auch nur eine Frage der Zeit. Und ja, ich meine, ihr wisst, was ich vom System der Getrennschmierung halte. Das ist ja, glaube ich, unter den Zuschauern des Kanals hier mittlerweile eh schon so eine Art Running Gag bekommen. Irgendjemand hat ja mal was von meinem Kreuzzug gegen die Ölpumpe geschrieben. Und naja, also als Kreuzfahrer würde ich mich jetzt nicht ansehen, aber ich bin einfach kein Fan dieses Systems. Ich habe einfach schon im Laufe der Jahre zu viele schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und jede ausgebaute Ölpumpe ist eine gewonnene Ölpumpe. So, aus dem kommt man hier so viel besser an alles ran. Dann haben die ja hier, gut, das haben die Minarellis eigentlich ja generell, nur fehlt das Teil meistens. Hier diesen Gummilappen hier oben. Rund um den Ansaugstutzen. Der ist hier, ach, da ist ein Kabelbinder an dem Ölschlauch zum Vergaser, aber den können wir eh ein bisschen kürzen. So, jetzt können wir das Ding entfernen. Und dann kommen wir nämlich hinterher auch ordentlich an den Ansaugstutzen ran. Wir kriegen das Ding hier um die um die Vergaserschelle herum. Ja, das ist halt das Klassische bei so Rollern, die irgendwo auf dem Dorf gelaufen sind, was ja hier auch der Fall ist. Der hat sehr viel auf dem Feldweg gefahren worden. Ja, da ist nie eine Motorwäsche gemacht worden. Was jetzt so schlimm das jetzt auf den ersten Blick aussieht, eigentlich gut ist. Weil das heißt, dass wir hier wirklich die Ersten sind, die da drin sind. Das heißt, wir müssen nicht am Pfusch anderer Leute uns beschäftigen, sondern wir können hier wirklich mit Originalmaterial arbeiten, was immer gut ist. Auch wenn Gummihandschuhe bei dieser Arbeit sehr hilfreich sind. Das schaut schon mal ganz gut aus. Ist alles draußen, aber ich habe den Ansaugstutzen und den Membranblock zerstören müssen beim Ausbau. Aber gut, die waren sowieso hinüber. Von daher ist das egal. Die Dichtfläche muss man noch ein bisschen besser sauber machen. Und naja, gut. Sollen wir da mal ein bisschen Dichtungslöser drauf tun. Und ich gehe dabei einen neuen Membranblock, einen neuen Ansaugstutzen aus dem Fundus suchen. Den Vergaser habe ich jetzt auch sauber gemacht. Der müsste eigentlich wieder passen. Außerdem habe ich jetzt mal den Testtank angeschlossen, weil dem Originaltank traue ich noch nicht. Jetzt schauen wir mal. Jetzt machen wir mal hier den Benzinhahn auf. Das ist auch sowas, was einhändig etwas doof ist. Aber jetzt haben wir es geschafft. So, Treibstoff läuft. Jetzt schauen wir mal, ob der auch im Vergaser bleibt, der Treibstoff. Also bisher tropft nichts. Jetzt versuchen wir es einfach mal. Das ist ein Starthilfemittel, zum helfen. Und... Das war jetzt nur ein Starthilfemittel. Mal probieren mit der Kamera auf dem Stativ. Wenn ich beide Hände frei habe, geht es einfacher. Ja. 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 Jetzt läuft er tatsächlich mit der ist jetzt so zehn minuten viertelstunde gelaufen soweit passt also er läuft er nimmt gas an er zieht er mit beiden händen zu und ich weiß auch mittlerweile warum das so gut geklappt hat hier haben glückskäfer viel glück ja offenbar haben wir glück gehabt dass er funktioniert was ich jetzt noch mache ich werde die reifen aufpumpen aber mal zu gucken ob die luft halten weil hinüber sind sie zwar trotzdem aber es wäre schon schön wenn man ihn zumindest ein stück fahren könnte drauf aber nur zum ausprobieren und nun ja und damit geht dieses erste video mit dem rexi zu ende aber ich muss jetzt mit dem vermieter erst mal besprechen was mit dem ist mit dem weiter geht in welchem extent wir das jetzt machen werden weil mit den roller ich meine ja man könnte es einfach eine kleine inspektion machen und ihn fahren und nichts dagegen sprechen der macht so eigentlich einen relativ guten eindruck aber eigentlich ist schattdruck weil es ein schöner roller und ja mittlerweile auch ein seltener roller aber ehrlich wann habt ihr zum letzten mal so ein vieh auf der straße gesehen die sind fast ausgestorben deswegen wäre cool den wirklich zu retten und den wirklich schön zu machen aber wie gesagt ich habe das nicht zu entscheiden deswegen verabschiede ich mich jetzt hier von euch und ich wünsche euch wie immer gute fahrt und bis zum nächsten mal tschüss